Musik Moin ihr Lieben, heute zeige ich euch Zusatzfutter der Firma Mühldorfer Pferdefutter zur Unterstützung von Haut und Fell. In ein, zwei Wochen werdet ihr auf meinem Blog auch einen Blogbeitrag finden, in dem ich euch genau die Futterpläne meiner Pferde aufgelistet habe. Ich habe das ja schon angekündigt, dass ich das mal machen möchte, aber jetzt warte ich derzeit noch auf die Blutergebnisse meiner Pferde. Ich finde es ganz interessant, gerade wenn man sich viel Gedanken über das Pferde füttern macht und so ein richtiges Futtermanagement betreibt, dass man dann auch ab und zu überprüft, ob man das auch richtig macht oder ob man seine Pferde vielleicht überversorgt oder sie doch noch irgendwo einen Mangel haben. Und sobald ich diese Ergebnisse habe, werde ich euch dann mit den Ergebnissen, mit meinem Futterplan und was ich ändern möchte, einen Blogbeitrag online stellen. Ich habe euch die folgenden drei Produkte, die ich gleich vorstellen werde, auch unten in der Infobox verlinkt. Das Schöne ist, wenn ihr keinen Händler in der Nähe habt, der Mühldorfer Pferdefutter vertreibt, dann könnt ihr die Sachen ganz einfach in dem eigenen Online-Shop beziehen, was natürlich super praktisch ist und deswegen habe ich euch auch die Produkte direkt unten in die Infobox gepackt. Und dann will ich jetzt gar nicht lange weiter schnacken und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Das erste Produkt ist das Leinöl Pegasus Plus von Mühldorfer. Ich fütterle Leinöl ganzjährig und meine Pferde bekommen täglich so 50 bis 80 Milliliter. Ich mache immer so einen Schwupps rein und ich habe den mal abgemessen, ein paar Mal und es kommt immer so hin und ihr findet im Internet auch genaue Angaben, wie viel ihr eurem Pferd davon täglich geben dürft. Das Leinöl ist reich an Vitaminen und bietet Energie, ohne dem Körper unnötiges Eiweiß noch zuzuführen. Und das ist zum Beispiel für Pferde, die ein bisschen mit dem Stoffwechsel zu tun haben, ziemlich relevant und auch interessant. Deswegen setze ich bei Holly auch auf viel Öl, weil sie ist ja ein sehr schlankes Pferd und muss auch zunehmen. Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel Eiweiße reinstecke in sie, weil das kann sie nicht so ganz gut ab mit ihrem leichten Sommerexem. Das kann ich natürlich nicht genau belegen. Ich habe leider keine richtigen Ergebnisse dafür, ob wirklich zu viel Eiweiß jetzt damit zusammenhängt, dass sie sich doll erscheuert. Das ist ja auch immer ein bisschen wetterabhängig. Ich versuche aber trotzdem bei Holly ein bisschen auf eiweißreiche Ernährung zu verzichten, also ein bisschen den Stoffwechsel zu entlasten. Und zusätzlich habe ich durch Leinöl eben die Möglichkeit, ihre schneller gereizte Haut von innen zu pflegen. Aber ich konnte auch bei vor allem Palu und auch bei Carlson feststellen, dass sie ein viel schöneres Fell bekommen haben, eine schönere Fellfarbe. Carlson neigt dazu, so ein bisschen borstigeres Fell zu haben. Der hat so harte Haare und die sind wesentlich weicher geworden. Bei Sammy bin ich mit Leinöl immer ein bisschen sparsamer. Auch da sind wir nicht so ganz sicher, was immer der Auslöser ist für Kotwasser. Sie hat ja Kotwasser. Wir haben auch immer noch keine richtige Wunderwaffe gefunden, haben das aber im Moment sehr, sehr gut im Griff. Und sie bekommt nur ab und zu einen kleinen Schuss Leinöl, um auch ihr noch so ein bisschen Vitamine zuzuführen und die Haut zu unterstützen. Aber eben nicht in den Massen wie die anderen. Vor allen Dingen ist sie sehr, sehr leichtfüttrig. Das heißt, sie wird ziemlich schnell dick und deswegen ist Leinöl auch eher was für Hochleistungspferde, die viel Energie brauchen und Kalorien. Und auch für Pferde, die ein bisschen älter sind, für Zuchtstuten oder auch für Pferde, die sehr, sehr dünn sind und zugefüttert werden müssen. Die Akzeptanz ist bei meinen Pferden allen groß. Also sie mögen das alle sehr, sehr gerne. Das Schöne ist auch, man kann ein bisschen Staub damit binden. Gerade gequetschter Hafer, der staubt ja immer ein bisschen. Und ich mache das so, dass ich das Leinöl richtig gut unterarbeite, sodass das ganze Kraftfutter mit Öl bedeckt ist. Und dann ist das staubfrei. Die finden es super, super lecker. Und am Ende leckt auch mein Hund der Käse immer noch die Schale aus, weil er das Leinöl auch total super findet. Das nächste Produkt ist Kieselgur von Mühldorfer. Das teste ich oder beziehungsweise das füttere ich seit dem Spätsommer. Ich wollte damit so ein bisschen helfen beim Fellwechsel, aber auch, dass das Fell und die Haut noch besser versorgt sind, wenn die Pferde im Winter geschoren sind. Meine Pferde bekommen vom Mühldorfer Kieselgur so Pi mal Daumen 50 Gramm. Das ist zweimal täglich, so anderthalb. Also ich mache immer einen sehr, sehr gut gehäuften Messlöffel, der dabei ist. Und das kommt so ungefähr hin. Das Mühldorfer Kieselgur ist eine Zusammensetzung aus Bierhefe und Kieselerde. Kieselerde ist hier der Zinklieferant. Und auch ich habe schon Kieselerde genommen in Form von Tabletten, um einfach meiner Haut und meinen Nägeln und meinen Haaren so ein bisschen zu helfen, wenn die mal trocken waren oder die Nägel brüchig sind. Kieselgur kann helfen bei Hautausschlag, bei Jucken, bei Haarausfall, bei Eczem, generell bei trockener Spröderhaut, aber auch, wenn das Pferd Reude hat, um dann einfach die Haut wieder schneller regenerieren zu lassen. Kieselgur soll auch helfen, den Stoffwechsel im äußeren Hautbereich zu regulieren. Und wie ich eben schon gesagt habe, dass ich zum Beispiel Kieselerde genommen habe, um meine Fingernägel zu stärken, wenn die brüchig sind, stärkt auch Kieselgur den Kronensaum eurer Pferde. Und generell konnte ich wirklich feststellen, dass meine Pferde ein gesünderes Fell haben, eine gepflegtere Haut, die nicht so schnell austrocknet. Ich habe das ja eben schon beim Leinöl gesagt, dass Karlsson eher so borstiges Fell hat. Und letztes Jahr beim Schorn war der wie so ein Rauhaardackel nach dem Scheren, so zumindest so zwei Wochen danach. Das kann ich bis jetzt noch nicht feststellen. Ich werde ja voraussichtlich nochmal Scheren im Winter und dann gebe ich euch mal auf meinen anderen Kanälen, Instagram, Snapchat oder sowas, ein Feedback, ob das Fell nach dem zweiten Scheren auch noch genauso schön weich ist wie jetzt. Denn gegen Karlsons Fell fühlen sich Holly und Palu an wie absolute Kaninchen, so weich. Und dieses Jahr ist das schon wesentlich besser. Sammy hat nochmal ein komplett anderes Fell. Sie hat sehr dicke einzelne Haare. Ihr Winterfell ist so ganz glatt. Sie sieht überhaupt nicht plüschig aus. Aber ich muss feststellen, das Kieselgur konnte ich gut füttern, ohne dass das Kotwasser schlimmer wurde, was natürlich gut ist. Und ich habe das Gefühl, dass auch ihr Fell mehr glänzt. Das sieht man ja vor allen Dingen an den schwarzen Flecken. Und bevor ich jetzt zum nächsten Produkt komme, ein Funfact. Wenn ich dieses Kieselgur öffne, irgendwann ist das nicht mehr so stark, aber so die ersten Male, riecht das total gut nach dem Instant Cappuccino Stracciatella. Also wer den kennt und dann das Kieselgur mal hat, ich finde, es riecht genauso. Und meine Pferde finden das auch total gut. Also es hat noch keiner das Futter abgelehnt. Aber dadurch, dass ich ja auch Leinöl zufütter, ist es eigentlich ganz gut, weil ich kann das super gut dann alles miteinander vermengen. Und dann ist das Kieselgur, was ja leicht staubig ist, auch nicht mehr staubig im Futter. Jetzt stelle ich euch noch ein Produkt vor, was ich jetzt noch nicht getestet habe. Aber demnächst verwenden möchte. Und zwar Biotin von Mühldorfer. Das ist das Biotin Beta Plus. Ich warte jetzt noch ab, dass mein Kieselgur leer ist und dass ich die Blutergebnisse habe. Aber dann würde ich gerne anstatt dem Kieselgur mit Biotin weitermachen. Denn das Biotin hat noch ein paar mehr Inhaltsstoffe und noch so ein bisschen mehr Unterstützung auch für Gelenke und Seen. Das Biotin Beta Plus ist ein umfassendes Präparat, was Gelenke und Seen unterstützt, was das Bindegewebe verbessert, den Hufwachstum und den Kronensaum stärkt und dann generell auch Haut und Fell unterstützt. Und jetzt kommen wir zu so ein bisschen Wissen, was Biotin ist. Und zwar ist Biotin ein lebensnotwendiges Vitamin, was einen entscheidenden Einfluss auf die Bildung des harten Proteinkreatins, also Horn, in Haut, Haar und Huf hat. Und deswegen ist Biotin sehr, sehr wichtig. Und bei Sammy konnte ich dann auch mal in einem Bluttest feststellen, dass sie, das ist aber schon ein paar Jahre her, dass sie eben einen Mangel hat. Und deswegen habe ich bei ihr schon mal Biotin gefüttert. Ihr fiel ohne Grund das kurze Schweifhaar oben ab und nachdem ich das dann ein paar Wochen gefüttert habe, war das Ganze auch vorbei. In dem Biotin ist eben auch Kieselgur drin und die positiven Eigenschaften von Kieselgur habe ich euch ja gerade eben schon erklärt. Dann enthält das Biotin Beta Plus noch Schwefel, was den Hufwachstum begünstigt und auch vor schädlichen Belastungen, also Belastung durch schädliche Substanzen schützen soll und deswegen allgemein gut ist für die Hufe. Das waren die drei Produkte, die ich euch vorstellen wollte und ich bin mir sicher, es gibt noch viele weitere Mineralien, Vitamine, Präparate, Produkte, die ähnliche oder gleiche Effekte erzielen. Ich muss aber sagen, mit dem Mühldorfer Kieselgur bin ich hundertprozentig zufrieden. Ich habe ein tolles Ergebnis schon bei meinen Pferden gehabt. Leinöl fütter ich sowieso und die Qualität von dem Pegasus Plus ist auch sehr, sehr gut und es ist ein sehr hochwertiges Leinöl. Ich glaube, das könnte ich sogar mit nach Hause nehmen und selber hier in der Küche verwenden. Beim Biotin bin ich gespannt, aber auch da bin ich sicher, dass ich zufrieden sein werde, denn allgemein haben mich bis jetzt eigentlich alle Mühldorfer Produkte überzeugt. Ich fütter Mühldorfer jetzt ja schon eine ganze Weile und möchte mich auch hier nochmal bedanken für die tolle Zusammenarbeit, die sich erst nachher irgendwann ergeben hat, nachdem ich Mühldorfer schon einige Zeit gefüttert habe. Bevor ich das Video jetzt beende, nochmal einen kleinen Denkanstoß. Ihr müsst immer beim Futtermanagement aufpassen, dass ihr zwar schon die Vitamine zuführt, die das Pferd braucht, aber dass ihr auch kein Überfüttern macht. Denn schnell kann es sein, wenn man zu viel Präparate, zu viel Zusatzfutter, zu viel Müsli etc. füttert, dass das Pferd dann eine Stoffwechselüberbelastung hat. Und das ist auch der Grund, warum ich Bluttests machen lasse. Denn da kann ich genau sehen, ob mein Pferd ausreichend mit den wichtigsten Vitaminen und Mineralien versorgt ist oder ob ich sogar irgendwo den Stoffwechsel zu sehr belaste. Und auch das ist so ein Tipp, den ich euch gerne mitgeben möchte. Ihr merkt ja, dass ich mir da viel Gedanken drüber mache und dass ich auch viel ausprobiere. Und dass ich aber dadurch, dass ich ja vier Pferde habe, auch die Möglichkeit habe, dass das eine Pferd mal über den Zeitraum das eine Futter bekommt, ein anderes das andere. Und generell kann ich mich da so ein bisschen an die Produkte rantesten. Tut mir einen Gefallen, macht euch genau Gedanken darüber und steckt nicht alles in euer Pferd auf einmal rein. Auch wenn ihr jetzt das Futter wechseln solltet, also ich kann euch vor allem das Sechskornmüsli empfehlen von Mühldorfer, dann macht das alles ein bisschen langsam, damit der Stoffwechsel und generell die ganze Verwertung und die Verdauung eures Pferdes nicht auf einmal überfordert und überlastet ist. Und dann war es das auch mit dem Video. Es ist ziemlich lang geworden, aber wir machen solche Wissensvideos und so Videos, wie ich meine Pferde ernähre, pflege. Total viel Spaß und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und wenn ja, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss!